Die Nürnberg Grizzlies, präsentiert von der PSD Bank Nürnberg. Alles gegeben, gekämpft, niedergerungen. 8 zu 19 heißt es aus Grizzlies Sicht nach dem ersten Kräftemessen der neuen Saison. Die Gäste aus Oberbayern am Ende eine Nummer zu groß. Wir sind hier als Außenseiter in den Kampf gegangen, haben uns natürlich insgeheim immer eine kleine Chance ausgerechnet. Aber da hätte heute schon wirklich alles nach Plan laufen. Oder was heißt nach Plan? In jedem Kampf hätten wir die maximale Ausbeute gebraucht. Ja und im Endeffekt, jetzt hat es halt in den Einzelkämpfen, ich sag mal in jedem Kampf, ein, zwei Punkte zu wenig. Wir haben auch ein bisschen geschaut, wie sie dann gekommen sind, haben nochmal umgestellt, das werden zwei Variationen für heute. Aber die waren einfach einen Tick zu stark, muss man einfach anerkennen. Highlight neben den Duellen auf der Matte, die Atmosphäre. Endlich wieder Stimmung im Hexenkessel am Zeissigweg. Man hat auch gesehen, wenn dann mal ein spannender Kampf war, wie die Halle wieder gestanden war, ob es auf der einen oder auf der anderen Seite war. Das macht das Ganze einfach aus, das ist das Feeling beim Kampf. Und dann, ja, wunderschön das wieder zu haben. Wir haben es alle vermisst, letztes Jahr waren ja höchstens mal 50 oder 100 Leute da. Ich weiß nicht, wie viele heute da waren, 250 bis 300. Ist zwar nicht ganz, wie es mal war, wenn hier die Halle mit 600 Leuten voll ist, aber ist auf jeden Fall geil. Wenn man im Kampf einfach von draußen hört, dass die Stimmung hinter dir steht, dann ist das schon ein ganz anderes Gefühl nochmal. Trotz Heimvorteil gewinnen die Grizzlies nur drei von sieben Einzelduellen. Von Ernüchterung nach dem ersten Kampftag aber keine Spur, die Ziele stehen. Wir kommen in die Playoffs, also da wird kein Weg dran vorbeiführen. Heute war der dreifache deutsche Meister da, wir haben trotzdem alle alles gegeben und die nächsten Kämpfe gehören uns und dann sind wir in den Playoffs und dann werden die Karten neu gemischt. Wenn man nicht in die Playoffs kommt, steigen wir ab und das wollen wir nicht. Und ja, von dem her, erster Kampf jetzt verloren und dann kann es nur noch besser werden. Die nächste Gelegenheit haben die Ringer am Samstag in einer Woche, dann geht es zu Aufsteiger Vierenheim. Die sind Aufsteiger und ja, ich denke, wir haben schon gute Chancen zu gewinnen. Ich weiß noch nicht, wie die jetzt heute genau gestanden sind, aber wir haben ja eine gute Mannschaft und haben jetzt heute auch einfach in vielen Schlüsselduellen verloren oder zu hoch verloren. Das darf uns da halt nicht passieren. Die Saison hat erst begonnen, Burghausen war eine Nummer zu groß. In elf Tagen gilt wieder alles geben, Kämpfen Niederringen. Die Nürnberg Grizzlies präsentiert von der PSD Bank Nürnberg. Die Nürnberg Grizzlies präsentiert von der PSD Bank Abonniert. Die Nürnberg Grizzlies van den PSD Bank Abonniert. Die Nürnberg Grizzlies về MSD Bank abonna die